Das Thema Wetterschutz ist ein sehr gutes Thema, da werden wir alltäglich gefragt. Wir sagen immer, macht euch Gedanken, von welcher Seite das Wetter kommt. Sehr oft ist das immer die Westseite, die den Wind hergepeilt und den Regen mitschleppt. Aus diesem Grund empfehlen wir in erster Linie, macht die Wettersite zu. Dann habt ihr sicher die schlechte Seite geschützt. Alles Weitere, sei es eine Rückwand, eine zusätzliche Seitenwand auf der Gegenseite, oder allenfalls eine Wetterschutzplatte, um vorne zuzumachen, können Sie jederzeit optional nachbestellen und auch selber nachrüsten.